Oh, da ist Licht. Geil, jetzt habe ich einen Stock als Waffe. Boah. Boah, die kann ich sogar kombinieren. Geil, ich habe einen Stock als Waffe. Nehmt euch in acht, Monster. Ich habe eine starke Bitch-Waffe für euch. Macht euch schon mal auf was Heftiges gefasst. Vielleicht gibt es Bitch-Slap vom Feinsten. Einfach nur den Laternen folgen. Na, 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 na. Na? Ach da. Na, 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 na. what the fuck habe ich mich jetzt erschrocken muss ich jetzt und zum zöpfer soll ich hin verlangst du mir von mir dass ich nach da springen soll ach verdammt anscheinend muss ich mir eine tür suchen hey muss ich da jetzt wirklich rüberklettern muss wirklich dorthin okay okay einfach nur den latern folgen muss man spät wieso ist es leise geworden muss man später gucken wieso ist zu stark ruckelt bei mir gerade einfach nur den latern folgen es wird nichts böses passieren von wegen es hat nichts böses passieren scheiße es leckt mir wirklich zu stark muss man gleich mal im computer gucken was da gerade abgeht auch auch Hm, speichern. Schön. Äh, noch da. Oh, es hat schon langsam auf zu... Was? Oh, nö. Sag jetzt nicht die Bitches hier. So kann ich nicht dorthin. Inventory voll. What the... What the fuck? Oh. Mein Herz. Mein armes kleines Herz. Oh, fuck it. Oh, fuck it. Oh, Gott sei Dank. Das war die Tür gewesen mit dem Türknopf. Oh, ich bin glücklich. Oh, scheiße. Oh, Gott. Ich bin so froh, dass ich das geschafft habe. Oh, ich hätte mir das nicht so lange angetan, diese Scheiße da. Oh, fuck it. Oh. Hier sieht es auch nicht ganz schön aus. What the... What the fuck? Was soll das denn jetzt für eine Scheiße? Das, was heißt... Schön. Was ist das so viel'n Geräusch? nicht diese bitches nicht diese bitches nein nein nun alle so nicht die was zum teufel ist das ein ist das ein teil von einer schere ich habe die linke hälfte eines einer schere okay ja schön jetzt brauche ich noch die andere hälfte bütsch 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 oh da sind zwei dich ist noch ein haus ich habe die andere hälfte gefunden halleluja jay so danke k wo ho 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 ne lass mal stecken ich verpiss mich jetzt rätsel gelöst bütsch ist ja obwohl das war eigentlich kein richtiges rätsel das war er was zwei hälften finden und ineinander machen watch out for the trees okay okay ich muss jetzt auf den bräumen aufpassen ich habe angst ich habe angst ich habe angst wo nicht die dinge nicht die dinge scheiße die machen damage was ist denn oh 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 nö ich habe von hier angefangen ok ah scheiße da hinten ist licht ah 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 ich will nicht sterben oh What the?! Nee. Nee, nee. Oh. 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 Da ist noch eine Tür. Er hat fast kein Leben mehr, das ist ein Traum. Okay, ich geh runter. Wenn du mich schon so rufst. What? Okay. Ich hab kein Leben mehr, also von daher. Geronimo! Oh. Jumpscares, ich warte auf euch. Ich... Ich weiß, dass ihr da hinten seid. Ich weiß, dass ihr da hinten seid. Hallo. Ist da hinten jemand? Ich warte auf euch, Jumpscares. Ich warte. Kommt her. Kommt her. Okay. Ah, das ist dieses Scheißteil, okay. What the fuck? Ah, ich bin tot, wenn ich unterfalle. Ich weiß. Geschafft. Yay. Na Pro. Scheiße, es ist schneller. Geschafft. Gehst du mal hoch? Geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Ach komm, das ist unfair. Tut mir leid, ich muss mal kurz cheaten. Ich hab mir mal einen Speicherstart hier gemacht. Oh, ich hab das sogar geschafft. Geil. Oh, da muss ich sogar runter. Da ist ne Tür. ich hab' da. Ich hab' die Perlade gemacht. Ich hab' die Perlade gemacht. Da ist die Perlade gemacht. Und da ist das gar nicht geschlossen. Hallo, Speicherstand. Hat das nicht? Äh, schade, das geht nicht. Naja, dann sehen wir uns mal zu meinem nächsten Part wieder. Bis dann!